Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie schon in der letzten Woche angekündigt, nehme ich euch heute im Vlog mit zum Einleuchten und zum Einrichten der Technik. Und weil das an und für sich schon zäh genug ist, rede ich heute mal ein bisschen weniger vorweg und wünsche euch einfach viel Spaß. Freunde, wir haben schon wieder die Location gewechselt, aber dieses Mal tatsächlich zum letzten Mal, denn das hier ist das Forum. Hier treten wir auf und zwar genauer gesagt auf der Bühne und weil ich jetzt noch alleine hier bin, zeige ich euch jetzt einfach mal das Forum. Alt bewährt steht natürlich der künstliche Schmuck hier, wie immer in der Dusche, der Damen. Das Schöne ist, so kann das hier aussehen, aber so wird das hier nicht mehr lange aussehen. Es wird hier spätestens morgen absolutes Chaos und Durcheinander sein. Und das kann ich nicht aufschließen. Das ist natürlich maximal ungünstig. Da müssen wir wohl noch mal mit dem Hausmeister telefonieren. Das nützt ja nichts. Wir haben gerade diesen wunderschönen Baum gefunden und hey, ratet mal, was jetzt unser Bühnenbild ist. Und Technik-Crew, wie läuft es bei euch so? Also das ist seins, das ist meins. Ich darf nichts mehr machen. Ist das nicht schön? Die ganze Gruppe chillt. Der Einzige, der arbeitet, ist derjenige, der hier eigentlich gar nicht zugehört. Das bin ich tatsächlich wütend. Jetzt hoffen wir mal, dass ich da eine passende Lüge habe. Natürlich auch nichts anderes passende Lüge, das ist mit mir, ne? Ach, ganz schön, ne? Das hat mir vertraut, bitte, dass sie ja. Du, ich bin. Das ist nicht klar, meine Arbeit ist gut. Dün, dün, dün! Das Grüne, das Rote, das sieht tatsächlich zu weihnachtlich aus, glaube ich. Befürchte ich fast. Vor allem den Baumgall auch. Oh ja. Wollen wir Liegestütze machen? Liegestütze, das kann ich nicht. Ihr macht jetzt Sport mit mir, okay? Sechs! Ich habe gar keine Geschäfte. Ich bin schon mal fertig. Was macht ihr? Sport! Am Sport bei Ingo. Genau. Mit den Füßen hier so, zahle ich mal. Guckst du, eins und zwei, zehn. Jetzt erst mal auskommt. Gucken wir lieber mal, wo wirklich gearbeitet wird, nämlich hier. Das Problem ist, wenn du die erste Stufe anguckst, auf der Seite und hier. Stell dir einmal den Tannenbaum nach hinten in den Nebenraum. Bist du schon genervt von dem Tannenbaum? Ja, der nervt mich total. Mach wieder runter. Nee, noch tiefer. Stopp! Das war einen Millimeter zu tief. Johan, ne? Ja, 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 ja. Okay. Wie speichert man das eigentlich? 1, 4, Tisch war? Ähm, hier 56, 56 und die daneben, ähm, 55, 55 und 56 gleich war das. Michael hat gerade den Fußball verloren, den Marcel gerade versteckt hat. Also, das ist eigentlich ganz witzig. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja gut, wir reden in jeder Grunde Boden, ne? Oh, er hat den gefunden. Das hat nur drei Minuten gedauert. Jeder Vorteil ist gut. Ich war, so lässt du das. Setzt ihr euch mal bitte alle hinter den Tapeziertisch. Außer Ellen. Aber du machst das so schön mit dem Huron, Huron. Ah, nee, sorry. Also, nee, Ellen, du bist super, aber. Ja. Das ist echt so. Ellen geht so eine Stufe runter, das ist, oh, nein. Ellen, du machst das gut. Du bist der beste Treppenläufer, den ich kenne. Oh, die Stufe ist so kacke. Okay, einmal wieder hoch und runter. Ja. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind diese Scheißteile? Ja, aber ich glaube, wir haben ihn fast. Geh mal. Da, er hat halt auch, man sieht so richtig so. Das ist der Wahnsinn. Was ist das für eine Lampe? Ich mache jetzt alle aus. Wenn Ellen heute Nacht Treppen bezahlt werden würde, die würde uns arm machen. Ich sage euch das. Gut, jetzt haben wir die Kante zumindest weg. Okay, ein letztes Mal. Sicher? Vielleicht. Ja. Ja, das sieht so gut aus. Den nehmen wir. Da ist noch eine Lampe. Die ist ganz hell. Die beleuchtet gerade so Michis Schritt. Oh ja. Ich finde es von der Stimmung hier halt schön. Weil wir ja nicht in der Hinsicht wichtig sind, dass wir was sagen, sondern einfach nur, dass wir da stehen. Das ist Licht Ingo. Was? Ja, weil das dein Licht ist. Ich habe eigenes Licht. Nein. Dann haben wir... Oh. Michi hat halt diese beiden Positionen. Einmal Anne und einmal da, wo er jetzt gerade steht. Und Anne ist gerade noch ein bisschen zu dunkel. Was meinst du, ganzer rumzugang? Ich jetzt knapp eine Stunde. Schneiden wir halt nicht. Ich habe auch schon mit dem Fall der Bilder geguckt. Also, dann spiele ich mal an. Ist das schon der Trans? Weil der überzeugt mich nicht so. Ich wollte mich ja in den rausziehen. Halt in der Masche. Wo kam das denn jetzt raus? Wo kam das denn jetzt raus? Hüppst du dich ab? Möchtest du mal das Take, bitte? Ja. Ja, ich bin doch. Ja. Jetzt war's. Ich wollte gleich. Ich will das nicht. Ach. Ich muss sie jetzt. Ach. Ich bin ganz gut. Das kriege ich da vorne. Sag mal, mein Führerbund. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Ach du Scheiße, gehst du mich falsch. Und so an der Treppe, der ja von da. Bis da in deiner Hose. Ja, das ist auch schon mal. Ich kann doch mal wirklich jemand von dem Monster-Spieler... Au! Jetzt kann ich für die Bühne! Die Bühne! Die Bühne hat sein Fässer-Frissig-Holler. Was kann es da? Und es ist so... Ah! Die Bühne! Sorry Leute, es ist auch für mich die sechste Stunde. So, alle sehen jetzt noch so richtig motiviert aus. Nikas ist immer noch fleißig? Ich bin eher verwundert. Warum? Weil ich die Party nicht auf dem Submaster kriege, aber das muss ich auch nicht unbedingt. Ich hoffe, das ist total. Ähm... Hol die Schuhe! Wenn dir das Saar-Licht noch einmal legt... Also, dass du dann, wenn du neu aufregst, den Gressen nicht genug bist und dann einen anderen Abgangsswunder drehen. Wenn du mit der Geschwindigkeit nicht ganz zufrieden bist, dann hast du das Rad hier, wo du ein bisschen bewegen kannst. Das ist aber sehr sensibel. Also, ich drehe jetzt nur ein ganz bisschen und dann siehst du eigentlich schon sehr, dass die Geschwindigkeit beendet wird. Alle machen hier schon Feierabend und der sitzt da immer noch. Es ist weg geworden. Wenn Müll irgendwas sagen kann, dann, dass wir hier waren. Das war's. Das war unser Einleuchten. Sorry für dieses abrupte Ende, aber irgendwann ist echt einfach die Luft raus und man will nur noch nach Hause und dann steckt man die Kamera irgendwann weg. Naja. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Ihr kennt YouTube. Ihr wisst, wie das funktioniert. Schaut gerne nächste Woche vorbei. Da gibt's dann endlich die Generalprobe. Also, da ist wirklich kurz vor knapp. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.